Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir starten ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo mit Detailanalysen zu Nvidia, Palo Alto und Tilray. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video mit der Grafik Smart Money vs. Dumb Money. Hier oben seht ihr den S&P 500 in seinem Kursverlauf. Aktuell ohne klare Richtung in einer sehr volatilen Seitwärtsphase. Heute wurde es kurz mal rutschig am Markt. Wichtige Levels haben jetzt aber für den Moment nochmal gehalten. Das schauen wir uns gleich an. Bei der Chartanalyse im Vorfeld der morgigen Inflationsdaten ist der Markt jetzt nervös, wie wir auch beim Volatilitätsindex eindeutig sehen. Auch das schauen wir uns gleich an bei der Chartanalyse. Unten seht ihr die Kleinanleger, die jetzt hier im Rahmen von dieser Seitwärtsphase so ein bisschen runterkommen von ihren Hochs, was das Zuversichtslevel angeht. Während die institutionellen Anleger hier jetzt durchaus in den letzten Tagen an Zuversicht gewinnen. Finde ich eine ganz interessante Dynamik, die sich hier bei Smart Money vs. Dumb Money aktuell ausspielt. Allerdings muss man auch ganz klar dazu sagen, wenn wir vor einer Korrektur stehen, dann haben wir hier noch deutlich mehr Potenzial. Denn wenn wir mal nach links schauen, gerade im Sommer letzten Jahres, als der Markt dann mal schön korrigiert hat, als er mal runtergekommen ist, dann um circa 10 Prozent, da haben wir gesehen, dass die Kleinanleger im Oktober pünktlich am Boden dann wirklich in den Panikzustand verfallen sind, am untersten Bereich dieser Grafik angekommen sind. Und da wissen wir, das sind dann die übergeordnet wirklich strategischen Long-Einstiege im Markt, wenn er sich auch sehr stark abgekühlt hat. Allerdings darf man die jetzige Situation nicht unterschätzen. Und vor allen Dingen, und das wird eben sehr, sehr wichtig sein, dass wir morgen auf die Inflationsdaten achten und am Donnerstag dann auf die EZB-Zinsentscheidung. Und wenn hier Dinge passieren sollten, jetzt in den kommenden beiden Tagen, die dem Markt gefallen könnten, dann muss man davon ausgehen, dass der aktuelle Dip dann bereits wieder ein Beide-Dip-Moment ist. Die institutionellen Anleger zeigen, sonst die gehen jetzt hier durchaus schon mal so ein bisschen in den Markt rein. Aber wie gesagt, falls das Ganze jetzt zu diesem Zeitpunkt zu einer Korrektur werden sollte und der ist nach wie vor Tür und Tor geöffnet, weil wir noch keine Breakouts sehen bei den Indizes, da muss man dazu sagen, hätten wir hier aus Sicht von Smart vs. Damwani auch das Potenzial, dass die Kleinanleger hier so richtig mal ausgewaschen werden, von der Klippe stürzen, während die institutionellen Anleger dann so richtig zulangen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Damit kommen wir direkt zum Wirtschaftskalender und da stehen wir jetzt vor drei absolut wichtigen Tagen. Insbesondere allerdings muss man sagen, morgen und übermorgen werden sehr, sehr wichtig für die Märkte. Denn morgen um 14.30 Uhr, ich habe das auf dem Schirm, eine Stunde vor der Opening-Belle gibt es die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten und auf die schauen wir derzeit mit ganz großer Spannung. Und auch wenn man sich den Markt mal anschaut, eben wie gesagt mit großer Nervosität. Zinsen am Rentenmarkt sind ein bisschen angezogen zuletzt. Man sieht es direkt auch an der Volatilität beim Aktienmarkt. Jetzt hier seit einigen Wochen keine signifikanten neuen Hochs mehr. Da achtet der Markt drauf. Und das könnten auch eine der wichtigsten Inflationsdaten sein in den letzten Monaten. Und jetzt schauen wir uns mal die Erwartungen an vom Markt. Und da muss ich dazu sagen, da ist hier durchaus ein gewisses Potenzial für eine positive Überraschung gegeben. Im Vormonat gab es die Headline-Inflation mit 3,2 Prozent im Jahresvergleich und auf Monatssicht mit jeweils 0,4 Prozent in der Kernrate und in der Breite. Beim Monatsvergleich schaut der Markt etwas genauer hin. Da will er 0,3 Prozent sehen im Monatsvergleich. Aber beim Jahresvergleich, bei der Headline-Inflation haben wir hier sogar eine bisschen lockerere Leine als im Vormonat. Der Markt rechnet hier bereits mit 3,4 Prozent im Jahresvergleich. Also der Markt rechnet jetzt sogar damit, dass sich die Inflation nochmal ein bisschen aufgeheizt hat im Jahresvergleich. Wichtig, wenn wir uns hier mal vorstellen, falls da morgen eine positive Überraschung reinkommen sollte, falls gegebenenfalls sogar ein 2,x morgen gemeldet werden sollte, dann hätte der Markt deutliches, möchte ich wirklich dazu sagen, Aufwärtspotenzial. Vor allen Dingen, weil jetzt eben dann durchaus ein bisschen Stress und auch ein bisschen Pessimismus eingepreist ist im Markt. Wichtig ist aber, dass wir darauf morgen eben warten und vor allen Dingen auch auf die Reaktion vom Markt warten. Und seid euch auch im Klaren, dass diese erste Bewegung um 14.30 Uhr oftmals dann nicht die endgültige Bewegung sein muss. Thema Stop-Loss-Hand, dass wir halt wirklich nochmal in die Gegenrichtung knallen, bevor der Markt dann eben genau die andere Richtung einschlägt. Also seit hier morgen wirklich gerade um 14.30 bis 15.30 Uhr sehr, sehr vorsichtig. Da kann es durchaus volatil werden. Um 3,25 Uhr, also um 15.45 Uhr gibt es dann morgen noch die Zinsentscheidung der Bank of Canada. Allerdings rechnet man dann hier mit keiner Überraschung. Zinspause auf 5 Prozent. Und um 20 Uhr gibt es dann das FOMC-Sitzungsprotokoll der letzten FED-Sitzung. Also habt auch hier ganz klar dann am Abend noch den Blick drauf. Am Donnerstag geht es dann weiter mit dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank EZB. Und mittlerweile rechnet der Markt so ein bisschen damit, dass die EZB vor der FED das erste Mal die Zinsen senken wird. Allerdings noch nicht dieses Mal, denn die Erwartung ist ganz klar bei einer weiteren Zinspause auf 4,5 Prozent. Und wichtig, da gibt es dann auch am Donnerstag die Erzeugerpreise. Also es bleibt hier hochspannend jetzt in der aktuellen Handelswoche. Und am Freitag gehen wir dann noch aus der Woche mit dem Verbraucherpreisindex aus Deutschland. Damit kommen wir zur Chartanalyse. Wir beginnen mit den Rohstoffen. Schauen zuerst auf WCI. Crude Oil kühlt sich hier etwas ab vom Hoch, was wir gesehen haben. Letzten Freitag sind wir zum jetzigen Zeitpunkt etwa 3 Prozent runtergekommen. Aktuell halten allerdings noch die 85 US-Dollar. Und wir wissen auch, dass das ein sehr, sehr wichtiges Preislevel ist. Und vor allen Dingen diese Situation aus dem Breakout von diesem Abwärtstrend, das ist hier ein signifikanter Breakout, wenn wir uns morgen auch wieder im etwas größeren Bild anschauen. Diese Zone, die zeichnen wir uns jetzt hier mal ein. Das ist für mich so ein bisschen die Pullback-Zone für den Ölpreis. Hier darf er reinkommen. Das wäre möglicherweise dann sogar noch mal ein Dip-Buy für den Ölpreis. Mein Target bleibt jetzt erstmal bei 88,90 Dollar hier noch, kurz bis mittelfristig. Ob wir da noch höhere Ölpreise sehen, das muss man abwarten. Denkbar ist es. Und um hier wirklich wieder ein bearisches Signal reinzubringen in diesen Chart, bräuchten wir folgende Preis-Action. Jetzt einen impulsiven Dip nach unten, vor allen Dingen auch wieder Kurse unter der 20-Tage-Linie, um danach diesen Abwärtstrend als Widerstand zu bestätigen. Dann wäre Tür und Tor geöffnet in Richtung 200-Tage-Linie. Und habt jetzt hier auch mal Folgendes auf dem Schirm. Gerade mittelfristig Golden Cross beim Ölpreis. 50-Tage-Linie ist hier unmittelbar davor, durch die 200-Tage-Linie zu kreuzen. Hier ganz genau im Bereich von etwa 80 US-Dollar. Und wenn hier nicht noch ein absolut bearisches Wunder passiert, förmlich ein Crash, dann stehen wir hier kurz vorm Golden Cross beim Ölpreis. Und das ist gerade mittelfristig dann durchaus ein freundliches Chart-Signal. Braucht aber auch in der Regel einen überhitzten Markt, um das Signal zu triggern. Also ist dann kurzfristig eine gewisse Abkühlung durchaus denkbar. Aber gerade mittelfristig eher ein freundliches Signal. Und solange vor allen Dingen dieser Aufwärtstrend intakt bleibt, müssen wir hier meiner Meinung nach mindestens nochmal rechnen mit einem Target von etwa 88 bis 90 US-Dollar. Beim NatGas-Preis sehen wir heute einen milden Pullback um circa 3% zum jetzigen Zahlpunkt. Wir hatten aber heute Morgen mit der 8-Stunden-Kerze hier den Breakout gesehen aus dem Abwärtstrend. Und ich muss sagen, hier ergibt sich jetzt im Prinzip auch für uns so eine gewisse Zone, die wir uns mal ganz genau anschauen für den Gaspreis. Denn übergeordnet ist dieses Pattern hier noch intakt. Vor allen Dingen solange dieser Aufwärtstrend aus diesen beiden Berührungspunkten intakt ist, muss man hier nochmal mit etwas höheren Preisen auch rechnen beim Gasmarkt. Und zwar einmal natürlich der extrem wichtige Widerstand bei 2 US-Dollar, den wir auf dem Schirm haben. Aktuell sehen wir es hier aber wunderschön. Kleiner Trendkanal auch aus steigenden Tiefs beim Gaspreis. Und über, muss ich jetzt mal sagen, hier im Bereich um die 1,80 in etwa. Hier ist die 50-Tage-Linie. Hier darf man nochmal reindippen, aber das sollte dann gekauft werden. Über 1,80 müssen wir hier nochmal davon ausgehen, dass auch durchaus die 2 US-Dollar in den Karten sind. Und sollte hier der Bereich der 2 US-Dollar brechen, dann müssen wir damit rechnen, dass sich hier auch diese Impulswelle und dieses Butterfly-Pattern letzten Endes dann voll ausspielen kann in Richtung dann 2,25 bis 2,30 Dollar. Gaspreis über 1,80 ist hier tendenziell bullish und aktuell hier sogar möglicherweise mit dem Backtest von diesem Breakout. Kommen wir zum Goldpreis und hier sehen wir heute wieder ein frisches Allzeithoch im Bereich der 2.365 US-Dollar. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass hier nach dem Breakout aus dem 200er Extension bei 2.325 dieses Level hier offensichtlich jetzt zum Support wurde und der Markt hat das genutzt und sich direkt nochmal etwas weiter nach oben geschraubt. Ich habe hier oben noch die 261er Extension bei 2.434 und solange vor allen Dingen dieser steile Aufwärtstrend jetzt intakt bleibt, ist das ja auch ein bisschen zum Primärszenario, dass sich der Goldpreis das hier oben noch abholen kann. Wichtig dafür ist, dass wir aber hier auch immer auf dem Schirm haben, dass das sehr, sehr heiß gelaufen ist. Der Target RSI bei 84. Das sind hier Kryptoverhältnisse, die wir aktuell sehen beim Goldpreis und man darf hier definitiv auch nicht überrascht sein, wenn hier mal der Markt in so eine gewisse Konsolidierung reingeht, um auch den etwas flacheren Aufwärtstrend hier nochmal anzutesten und gegebenenfalls sogar die 2.260 nochmal anzutesten. Wichtig ist, aktuell haben wir gesehen, 2.325 US-Dollar wurde jetzt hier für den Moment zum Support und hier ziehen wir jetzt auch die horizontale Zone ein. Heißt aber auch, dass der Goldpreis hier noch ein bisschen seitwärts gehen darf, das wäre absolut kein Problem. Und als Target lassen wir jetzt hier aber auch mal die 2.434 im Chart. Vor allen Dingen, solange sich hier der Markt über den 2.325 halten kann. Wir kommen zum Bitcoin und der macht es hier durchaus spannend. Wir sind jetzt vom letzten Hoch wieder circa 6% runtergekommen. Aktuell, also ihr seht hier auch die prozentuale Volatilität ist durchaus da beim Bitcoin. Wichtig wären jetzt Kurse, Schlusskurse vor allen Dingen über 69.000 US-Dollar. Aktueller Kurs 68.888. Das heutige Tief wurde genau gekauft, haben wir gestern auch drüber gesprochen hier beim Aufwärtstrend. Da waren wir schon so ein bisschen im Bereich des Dips, sehen jetzt hier noch etwas mehr Dip und sehen, dass die 20-Tage-Linie hier aktuell für den Moment jetzt gehalten hat. Drunter wird es rutschig in Richtung Support von unserem neutralen Wedge. Ich habe jetzt aber hier auch schon mal den frischen Konterabwärtstrend eingezeichnet. Aus dem müssen wir ausbrechen. Idealerweise während dieser Aufwärtstrend noch hält. Aber bitte definitiv, solange dieses Wedge hält. Denn wenn wir jetzt hier einen Fake-Out gesehen haben aus diesem neutralen Wedge und wir dann bearish nach unten brechen sollten, dann können wir uns auch mal sehr, sehr schnell die erste Distanz in Bruchrichtung einzeichnen, um dann ein Kursziel zu bekommen. Ja, und dann geht es in Richtung 54.000, 52.000 beim Bitcoin. Und wir wissen auch, rund ums Halving gab es in vergangenen Zyklen gerne Volatilität. Das, wie wir wissen, am 20. April stattfinden wird. Und dann auch direkt hier im Bereich von dem Apex, von unserem neutralen Wedge. Bitcoin macht es weiter spannend. Was wir brauchen, sind wirklich hier entschieden Kurse über 69.000 bis 70.000 US-Dollar. Und das kann hier, möchte ich ganz klar dazu sagen, jederzeit auch noch gewesen sein. Impuls, Korrektiv, Impuls. Also dafür aber bitte keinen Trendbruch und vor allen Dingen einen Bitcoin, der den heutigen Tag und dann gerne auch die folgenden Handelstage über der 20-Tage-Linie abschließt und auch vor allen Dingen wieder beherzt aus diesem Wedge und damit aus den 70.000 US-Dollarn ausbricht. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Damit kommen wir zum US-Dollar-Index. Hier haben wir gestern diese Schulterkopf-Schulter-Formation ins Gespräch gebracht. Und das ist auch noch komplett intakt, dieses mögliche Setup. Wichtig, heute gab es einen Dip hier schon mal direkt rein in diese Nackenlinie. Nackenzone müssen wir eigentlich draus machen, weil hier meiner Meinung nach noch nicht der bearische Abgesang gesungen werden darf über den Dollar, solange er sich hier über der 200-Tage-Linie befindet. Und vor allen Dingen hier auch über der 20- und 50-Tage-Linie. Und genau dort ging dieser heutige Dip rein. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sich hier dieses potenziell bearische Setup hier ausspielt. Wir haben so etwas Ähnliches. Eigentlich genau das Gleiche hier auf der linken Seite schon mal gesehen. Es hat sich dann auch hier bei der 200-Tage-Linie mit Volatilität ausgespielt, bis wir dann doch drunter gebrochen sind. Wir müssen aber auch sehr, sehr vorsichtig sein, denn wir wissen, es gibt wenige Dinge, die den Markt härter squeezen lassen, als wenn eine SKS scheitert. Also wenn es sowas geben sollte, dann müsste man sich hier sogar nochmal mit neuen Hochs beim Dollar auseinandersetzen. Und das natürlich auch dann jetzt gerade im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung möglicherweise sehr, sehr spannend. Denn umso doppischer die EZB auftreten sollte, umso potenziell bullischer für den Dollar. Also habt es mal auf dem Schirm. Das ist hier nach wie vor ein völlig intaktes Setup. Dafür müsste uns der Dixie unter die 200-Tage-Linie brechen. Und dann könnte er potenziell so richtig auswaschen. Rückenwind für Gold und Krypto nicht vergessen. Aber hier auch ganz klar, falls sich das Ganze und für den Moment will der Markt noch festhalten am Dollar, wie wir an diesem WIC in der letzten 8-Stunden-Kerze deutlich sehen, falls sich das Ganze hier nach oben auflösen sollte und vor allen Dingen, falls dieses WIC hier fliegen sollte, dann müssen wir damit rechnen, dass es nochmal so einen richtigen Short-Squeeze beim Dollar gibt. Und auch bei den 10-Year-Yields, hier mal im etwas größeren Bild zurück bis ans Hoch, was wir im letzten Oktober gesehen haben, gibt es eine leichte Entspannung. Aber für mich sieht das hier auch gerade so ein bisschen nach methodischem Abverkauf auch bei den Zinsen aus. Das ist ja noch nichts wirklich Impulsives zur Downset. Im Gegenteil, hier kann man einen wunderschönen Abwärtstrend mal drüber legen. Und da bin ich doch sehr, sehr gespannt, ob sich die Yields hier deutlich verabschieden werden unter dem Bereich von 4,25 Prozent. Denn das wäre dann hier der Bereich, wo ich sagen würde, alles klar, dann sehen wir hier vermutlich in Kürze auch wieder Zinsen im Bereich um die 4 Prozent. Vor allen Dingen, wenn wir hier durch die 200-Tage-Linie fallen oder ob das Ganze hier jetzt doch nicht mehr ist, als dann möglicherweise nur ein bullischer Backtest von dem Breakout aus diesem aufsteigenden Dreieck hier. Und das werden wir sehen, wenn der Bereich zwischen 4,3 und 4,33 Prozent hier zum Support wird. Und da müsste man sogar noch mal rechnen. Und die ersten auf Bloomberg sprechen auch schon wieder von den 4,7, 4,8 Prozent. Ist immer was, wo ich dann so ein bisschen vorsichtig bin. Aber wenn wir sehen sollten, dass diese Bereich hier zum Support wird, dann sind hier neun Verlaufshochs bei den Zinsen nochmal Tür und Tor geöffnet. Das würde auf der einen Seite meiner Meinung nach nochmal für stärkere Volatilität sorgen. Am Aktienmarkt würde aber dann auf der anderen Seite auch hier mit stark steigendem Zins nochmal dafür sorgen, dass Anleihen dann exponentiell interessanter werden, um sich eben die Situation eben dann ins Depot zu legen. Insbesondere dann den ETF auf die langlaufenden US-Staatsanleihen TLT habe ich dann in einem Fall jetzt hier nochmal von weiter steigenden Zinsen sehr weit oben auf meiner Watchlist. Und damit kommen wir zu den Aktienmärkten. Wir beginnen mit der Volatilität und die hat sich heute nochmal deutlich aufgeschaukelt. Hier eine massive Acht-Stunden-Kerze um 9 Uhr und die hat sich auch nochmal hier fast ein neues Verlaufshoch abgeholt. Und das ist aber auch ein Punkt. Und ihr wisst, im Rahmen von Volatilität, die sich aufschaukelt, haben wir zwei Dinge, auf die wir achten müssen. Einmal machen wir noch steigende Tiefs und ich denke, diese Frage können wir hier sehr, sehr schnell mit einem ganz deutlichen Ja beantworten. Wir haben auch gestern im Video darüber gesprochen, wenn das Ganze hier wirklich sich für den WIX in deutlich fallenden Levels wieder ausspielen soll, dann brauchen wir ihn unter der 200-Tage-Linie. Auf der einen Seite können wir die Frage nach steigenden Tiefs noch ganz klar mit Ja beantworten. Auf der anderen Seite jetzt hier aber möglicherweise lokal und auch im etwas größeren Bild fallende Hochs bei der Volatilität. Aber in erster Linie ist mir jetzt hier noch wichtig, dass wir eindeutig sehen, dass vor allen Dingen, was hier Widerstand war, zum Support wurde. Also das ist hier durchaus jetzt ein impulsiver, sehr zackiger Anstieg, der eben auch überschneidungsfrei bleibt. Und solche Dinge haben wir bitte auf dem Schirm. Also der Markt hat jetzt hier gerade noch keine Lust, das Thema Volatilität wieder abzuhaken. WIX schaukelt sich deutlich auf, ist hier auch vor allen Dingen im Verhältnis der letzten Monate derzeit stark erhöht, ist aber unter 16. Und das scheint hier für den Markt ein wichtiges Level zu sein. Auch vor allen Dingen die letzte 8-Stunden-Kerze hat sich nur ein WIX drüber abgeholt. Die aktuelle 8-Stunden-Kerze findet gerade direkt an den 16-Widerstand. Also hab's immer auf dem Zettel. 4, 8-Stunden-Tage-Schlusskurse über den 16 sind kritisch, dann potenziell nochmal in Richtung 18 bis 20. Dann sprechen wir vermutlich Korrektur. Vor allen Dingen, wenn dann die Inflationsdaten morgen heißer reinkommen sollten und der Markt nochmal richtig nach unten auswäscht. Aber auch sehr, sehr wichtig zu sehen, dass wir uns jetzt hier zumindest mal unter den 16 so ein bisschen fangen. Was wir hier wollen, aus für die Aktienmärkte bullischer Sicht, ist dann letzten Endes, wollen können wir uns hier auch schon mal so einen gewissen Aufwärtstrend mal einzeichnen. Den muss er brechen, der WIX. Und wir brauchen ihn im Endeffekt unter der 200-Tage-Linie. Und die läuft aktuell bei 14,6. Und für einen richtigen, aggressiven Befreiungsschlag an den Aktienmärkten brauchen wir dann letzten Endes hier im erweiterten Umfeld den Trendbruch. Damit kommen wir zum S&P 500. Und da haben wir heute schon eine interessante Preis-Action gesehen. Zwei Dinge sind hier relevant, die wir bitte auf dem Zettel haben. Aus jetzt monatelang problemlos steigenden Hochs, steigenden Tiefs. Einmal hier seit Januar, aber insgesamt auch im übergeordneten Bild werden jetzt hier plötzlich so ein bisschen fallende Hochs, fallende Tiefs. Also habs man auf dem Zettel zumindest seit dem Allzeithoch, was wir gesehen haben. Am 1. April, also jetzt zumindest mal im April, schraubt sich der S&P 500 ein bisschen nach unten. Und wir sehen hier Distribution. Wir haben auch gestern drüber gesprochen. Naja, so richtig kommt er hier nicht über die Golden Pocket drüber. Heute kleiner Dip drüber. Und was war die Folge? Ein stärkerer Abverkauf. Also habt das mal auf dem Zettel. Hier ist jetzt so ein bisschen Distribution im Chart. Wir hatten aber auch den April definitiv als gewisse volatile Phase auf dem Schirm. Gerne aber ab Mitte April dann wieder mit Stärke. Und das ist eben die große Frage. Schafft diese schwache Phase und schaffen vor allen Dingen auch die morgigen Inflationsdaten und dann der Beginn der Berichtssaison Ende der Woche und Anfang kommender Woche hier einen Trendbruch. Und sehen wir dann vor allen Dingen einen S&P 500 nicht nur unter den heutigen Tagestiefs, sondern auch letzten Endes hier unter den bisherigen Verlaufstiefs. Und dann sehen wir meiner Meinung nach Impuls, Korrektiv, Impuls und bekommen einen S&P 500 an der 50-Tage-Linie. Dann aber durchaus sehr, sehr interessant und potenziell auch im Tageschart dann überverkauft. Vermutlich nicht, aber zumindest noch deutlich weiter abgekühlt. Aber habt das mal auf dem Zettel. Jetzt für den Moment hat der Markt heute wieder diesen Aufwärtstrend gekauft. Das bedeutet auf der einen Seite, wir haben ein höheres Tief, als wir es am Freitag, Donnerstag und Freitag gesehen haben. Und das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass wir uns jetzt hier eine gewisse Chance natürlich auch öffnen für ein kleines Dragon-Setup, für einen kleinen Doppelboden. Ja, dann brich mal hier mal aus. Das Target hier mal zuerst ein ganz vorsichtiges 78er, gegebenenfalls 88er. Fibonacci so oder so. Wäre es aber die Konsequenz, dass wir aus diesem Abwärtstrendkanal ausbrechen. Und das wollen jetzt die Bullen sehen. Hier einen starken S&P 500, möglicherweise Backtest, um dann hier durchzuziehen. Das ist jetzt hier die aktuelle, ich traue mich ja gar nicht dazu sagen, Korrektur. Denn vom Hoch haben wir insgesamt ja lediglich abgekocht um 2,5%. Aber das ist jetzt hier die Seitwärtsphase, um die es geht. Wo der Markt sich jetzt entscheiden muss, ob wir im Endeffekt aus diesem Dreieck Bullish oder Bearish ausbrechen. Das kann sich noch ziehen bis 15. April, also bis kommenden Montag in etwa. Aber ich rechne durchaus damit, dass hier auch die Inflationsdaten Bewegung reinbringen können. Und wenn mal so eine Preis-Action kommt, wo wir wirklich diesen Trendkanal brechen mit Widerstand, beziehungsweise mit Backtest als Widerstand, dann muss man mit der 50-Tage-Linie rechnen. Und genauso, wenn diese Abwärtstrendlinie rausgenommen wird, dann rechne ich sehr, sehr stark damit, dass wir nochmal neue Allzeithochs hier sehen. Kommt zum Nasdaq. Und hier ist die Situation im Prinzip ähnlich wie beim S&P 500. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass die Gegenbewegung nicht aus dem 61er Fibonacci ausbrechen konnte. Und heute gab es entsprechend nochmal hier einen kleinen Backtest auch von diesem Aufwärtstrendkanal. Die Situation ist sehr ähnlich hier im Prinzip wie beim 22. Februar. Auch hier waren wir am Support von dem Channel. Auch hier gab es einen kleinen Dip drunter. Aktuell etwas aggressiver, weil es jetzt schon der zweite Dip drunter war. Und der Markt muss hier wirklich zupacken beim Nasdaq. Kurse unter der 50-Tage-Linie finde ich durchaus kritisch. Vor allen Dingen, wenn es Tagesschlusskurse werden, sehen wir hier im Prinzip Impuls, Korrektiv, Impuls. Und dann fällt der Nasdaq hier erstmal so ein bisschen ins Leere. Diesen Support haben wir letztes Mal gekauft, zusammen mit der 50-Tage-Linie hier und dem Support der Bollinger-Bänder. Das nächste signifikante Level wären dann schon die Kurse vom 21. Februar. Und das wären etwa 17.400 Punkte. Hier dann auch das 23er Fibonacci, der gesamten Rally seit den Oktober-Tiefs. Also durchaus ein wichtiges Level für den Nasdaq. Drunter wird es dann rutschig in Richtung der alten Allzeithochs 2021 im Bereich der 16.800. Und so ein Level, was wir jetzt mal auf dem Schirm haben, das ist hier dieses lokale 23er Fibonacci. Das hat der Markt jetzt gekauft, zusammen jetzt auch wieder mit dem Aufwärts-Trendkanal. Der Bereich zwischen 18.058 und 17.985 hier zusammen mit der 50-Tage-Linie bei 17.943. Das sollte für den Nasdaq wirklich besser halten. Wichtig ist auch hier, der Abwärtstrend ist natürlich noch völlig intakt und die Bullen wollen hier die Preise-Action sehen, dass wir hier in diesem dann neutralen Wedge nicht nur konsolidieren, sondern bullisch ausbrechen. Dann steht auch hier neun Allzeithochs, nichts im Wege. Target wäre dann 18.500 bis 18.700. Ich habe aber gestern noch drüber gesprochen, das war jetzt hier eine langfristige Seitwärtsphase. Prinzipiell muss man sagen, seit Februar geht der Markt hier seitwärts. Dann können wir auch damit rechnen, wenn das hier oben vielleicht das 200er realistisch ist. Und das wären dann Kurse um die 18.900, gegebenenfalls sogar 19.000. Wichtig ist dafür, dass jetzt hier zur Downside mal der Boden drin ist und der Nasdaq eben auch vor allen Dingen jetzt im Rahmen der Inflationsdaten morgen bestenfalls nicht mehr unter die 18.000 Punkte fällt. Kommen wir zum Russell 2000 und der versucht hier ganz zart den Breakout aus dem Abwärtstrend. Aber hier ist noch nichts impulsiv, das muss man auch dazu sagen. Und die aktuelle Acht-Stunden-Kerze gibt uns auch eine gewisse Range-Found. Und zwar einmal auf der Downside nochmal genau die Begrenzung vom Trendkanal zusammen hier mit der 20-Tage-Linie, wo es keine Schlusskurse bisher drunter gab. Und zwar seit der Acht-Stunden-Kerze am Montag in der Früh sind wir über der 20-Tage-Linie. Da darf er auch gerne drüber bleiben. 2070 Punkte ist hier für mich ein Level, wo ich den Russell erstmal besser nicht mehr schließen sehen möchte drunter. Und nach oben ist hier auf jeden Fall die Bahn frei. Aus diesem Rücksetzer ist das 61er-Fibur im Bereich 2100 bis 2110. Und die Zielzone werden dann sogar im Bereich hier oben von 2170 bis 2200 Punkte. Aber wichtig, der dürfte morgen mitunter am volatilsten sein im Rahmen der Inflationsdaten. Und wenn es hier problematisch werden sollte, traue ich diesem Markt auch definitiv zu, wieder unter den Abwärtstrend zu fallen. Und vor allen Dingen, wenn wir dann sehen sollten, dass dieser Channel zum Widerstand wird, war er 2024 noch gar nicht. Das ist unser Year-to-Day-Trendkanal. Und vor allen Dingen, wenn dieser Abwärtstrend weiter intakt bleiben sollte, wenn das hier gerade ein kleiner Fake-Out ist, müssen wir damit rechnen, dass man den Russell auch bei 2018 und sollte das Level brechen, dann könnte es für die Nebenwerte nochmal so richtig ungemütlich werden. Wir kommen zum deutschen Aktienindex und der setzt hier auch seinen kleinen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch weiter fort. Wir sind seitdem hoch bei 18.632. Verzeihung, mittlerweile knapp 3% unter dem Hoch. Wir haben jetzt auch mit der aktuellen 8-Stunden-Kerze ganz knapp nochmal ein neues Verlaufstief uns abgeholt. Wo sitzen wir genau drauf? Wieder auf dem 23er Fibonacci hier bei 18.092. Das ist hier das Level, was der DAX versucht zu halten, denn ansonsten aktiviert sich die Korrektur in Richtung 38er Fibonacci hier dann aber sehr, sehr spannend. Natürlich nichts anderes als ein weiteres deutlich höheres Tief mit massiven negativen Momentum im 8-Stunden-MACD. Wenn der Markt hier einen Boden baut, dann haben wir eine sehr, sehr starke bullische Divergenz aus deutlich negativerem Momentum, als wir es hier zuletzt gesehen haben auf dem Weg nach oben bei den kleinen Pullbacks. Aber höheren Kursen beim DAX, also durchaus interessant. Das wird meiner Meinung nach hier nochmal ein schöner Long-Einstieg. Allerdings bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob die 18.092 hier wirklich der Boden sind oder ob es nicht doch noch den kleinen Washout braucht in Richtung 38er Fibonacci in Richtung 17.780 bis 17.800 Punkte. Hier dann allerdings interessanter Kreuz-Support aus dem 38er Fibonacci, dieser Liquiditätszone auf der linken Seite und dann vor allen Dingen auch der 50-Tage-Linie. Achtet hier beim DAX auf die 18.092 Punkte. Und sobald es hier drunter Schlusskurse geben sollte, kann es, wird es vermutlich rutschig werden in Richtung 17.800. Wir kommen zu den Einzelaktien und wir beginnen mit PayPal. Und hier können wir möglicherweise jetzt langsam aber sicher über einen Breakout sprechen aus dem großen Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend, der hier ins Bild kommt, der verbindet die beiden Allzeithochs bei PayPal. Es gab das Doppeltop und nach dem zweiten der Hochs gab es den ersten Pullback, um danach hier nochmal ein tieferes Hoch einzuziehen. Und dieser Abwärtstrend, das ist hier dieser Abwärtstrend und aus dem beginnt sich die Aktie jetzt hier nach oben zu schrauben. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir jetzt hier eine gewisse Auswirkung sehen. Ich muss aber auch dazu sagen, hier ist jetzt noch kein neues Verlaufshoch im Chart. Ich brauche die Aktie dann hier auch über 68 US-Dollar und vor allen Dingen brauchen wir sie jetzt meiner Meinung nach nicht mehr unter diesem Abwärtstrend. Das wäre jetzt eher eine kritische Bewegung, vor allen Dingen, falls diese lokalen Aufwärtstrends dann entsprechend brechen sollten. Aber jetzt im Moment sieht es gut aus. Muss man wirklich dazu sagen, nicht nur sind wir konstant über dem oberen dieser beiden Aufwärtstrends, wo wir so eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf dem Schirm hatten. Das scheint sich jetzt hier auch nach oben aufzulösen. Wichtig ist aber, dass wir dieses Top und vor allen Dingen diese beiden Tops hier oben noch auf dem Zettel haben. Das ist hier die große Widerstandszone für die Aktie und das macht technisch auch absolut Sinn, denn wir müssen, wie wir wissen, über die 70 US-Dollar ausbrechen, um dann hier wirklich mehr Aufwärtspotenzial freizuschalten. Das ist hier dann die Zielzone bis 76, 77 US-Dollar. Und wenn wir dann in der Folge den Backtest sehen sollten von den 70 US-Dollar, dann können wir große Trendwende meiner Meinung nach feiern bei PayPal. Für den Moment ist das spannend, dass sich die Aktie jetzt hier so sage, so klangheimlich aus diesem Abwärtstrend hier rausschrauben will. Ein Backtest kann hier jederzeit noch mal kommen. Auch eine Preis-Action hier noch mal runter in den Bereich um die 20-Tage-Linie kann hier jederzeit noch mal kommen. Und im übergeordneten Bild muss man aber trotzdem nach wie vor sagen, solange wir über der 50 und über der 200-Tage-Linie bleiben. Und jetzt schaut mal hier, wir sehen das Golden Cross und jetzt dreht die 50-Tage-Linie schön nach oben. Die 200-Tage-Linie wird dann auch nachziehen, wenn der Kurs sich drüber hält. Und das sind durchaus auch für die gesamte Trendstruktur bei PayPal freundliche Zeichen. Also man kann sagen, das ist hier positiv. Vor allen Dingen, solange wir uns über 64 bis 66 US-Dollar halten. Drunter müssen wir noch mit einem Washout rechnen in Richtung 200-Tage-Linie. Aber jetzt für den Moment schauen wir uns die Situation hier mal an. Vor allen Dingen das Leben sozusagen über den 64 bis 65 US-Dollar. Und das sieht für PayPal-Investierte durchaus freundlich aus. Hab es aber auch auf dem Zettel, dass gerade jetzt dieser Bereich zwischen 66, 67 und dann den 70 US-Dollar für die Aktie einfach ein wahnsinnig starker Widerstand ist. Und auch Tesla zeigt sich heute relativ freundlich. Der gesamte EV-Sektor heute durchaus flott unterwegs. Allerdings bei Tesla sehen wir jetzt auf der einen Seite zwar potenziell den Breakout aus diesem Falling Wedge, was grundsätzlich sehr interessant ist, wenn wir uns hier mal die erste Distanz einzeichnen. Wenn das jetzt hier der Breakout war, hätten wir den Target angezeigt im Bereich und die 200 US-Dollar. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir reden jetzt hier seit Wochen, möchte ich fast sagen, über dieses Level von den 180 US-Dollar und die 8-Stunden-Kerze hier um 10 Uhr, also inklusive Premarket, zeigt es uns an. Hier war jetzt erstmal der Widerstand drauf. Wir haben aber gestern auch über diese steigenden Tiefs gesprochen bei Tesla und die setzen sich jetzt hier durchaus aggressiv fort. Hab es aber wirklich auf dem Schirm und da haben wir auch gestern drüber geredet. Hier dieser Einstieg im Rahmen von diesem Stop-Loss-Hunter, nochmal hier dieser Bereich, den hatten wir als Support ganz klar auf dem Schirm. Die Aktie ist jetzt hier übergeordnet, aber deutlich gestiegen um knapp 10 Prozent. Also wir sind jetzt hier wieder eher im Bereich am Widerstand angekommen. Ein frisches Long-Signal aus der aktuellen Sicht wäre für mich jetzt hier erst der Breakout über die 50-Tage-Linie und vor allen Dingen hier dann auch in diesem Bereich der Backtest über dem 180 US-Dollar-Bereich. Die 50-Tage-Linie aktuell bei 183 US-Dollar und wie gesagt hier Falling Wedge Breakout gibt uns dann in der Regel die erste Distanz als Kursziel nach dem Breakout und dann reden wir eben hier im Bereich zwischen 200 und 206 US-Dollar und wir kennen dieses Level auch. Die 206 sind dann das nächste sehr, sehr kritische Level für die Aktie. Wichtig ist aber auch, dass wir hier auf dem Widerstand angekommen sind und wenn, dann muss die Aktie jetzt hier auch den Breakout schaffen über die 180 US-Dollar. Unter der 20-Tage-Linie möchte ich sie jetzt eher nicht mehr sehen und das würde uns eben auch anzeigen, kein Bruch zurück mehr in das Wedge. Unter 172 US-Dollar wäre Tesla sehr, sehr kritisch, dann potenziell auch nochmal absolut denkbar für einen Backtest der Tiefs. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt und Aktienanalysen. Kommen zu Canopy Growth und der Cannabis-Sektor steht heute etwas unter Druck, angeführt von einer sehr, sehr schwachen Tilray, die heute den Markt auch durchaus mit schwachen Earnings überrascht hat zur negativen Seite und auch die Ankündigung, dass man hier keinen Free Positive Cashflow mehr sehen wird. 2024 hat den Markt hier etwas abgeschreckt. Die Tilray-Aktie hat ca. 20% unter Druck. Canopy Growth in etwa seit dem letzten Verlaufshoch hier jetzt 14-15% unter Druck. Die aktuelle Acht-Stunden-Kerze etwa 10%. Was halten wir derzeit für ein Level? Tatsächlich von der Downside 2023 runter. Waren wir schon beim 50er Fibonacci bei den 14 kanadischen Dollar 86 und derzeit halten wir hier noch das 38er bei 12,23. Ich habe hier die Chart-Technik so ein bisschen angepasst. Mir ist ja so ein kleiner Trendkanal aufgefallen. Auf der Unterseite durchaus drei Berührungspunkte im Acht-Stunden-Chart. Auf der Oberseite auch und die aktuelle Acht-Stunden-Kerze ist jetzt hier drunter gefallen. Wir wissen aber auch, wie unglaublich volatil der Cannabis-Sektor sein kann. Und falls jetzt hier dieser Bereich halten sollte, ein Dip auf die 10,70, das muss man noch auf dem Zettel haben, das waren diese Hochs Ende Dezember. Drunter möchte ich Canopy jetzt durchaus aus kurzfristig bullischer Sicht nicht mehr sehen. Wir wissen aber, dass wenn das Ganze wirklich nochmal richtig abkorrigiert wird, dass auch ein Backtest der 200-Tage-Linie bevorstehen könnte. Aber die ist deutlich tiefer bei 7 kanadischen Dollar 50. Und wenn wir sowas sehen sollten, wenn der Cannabis-Sektor sich jetzt nochmal erholen sollte kurzfristig und vor allen Dingen, wenn Canopy diesen Trendkanal zurückerobern kann, dann muss man hier nochmal mit einem ordentlichen Squeeze rechnen. Gerade dann in Richtung 18 kanadische Dollar, das wäre dann das 61er Fibonacci. Da müssen wir dann eben nochmal darauf achten, ob das dann hier zum Widerstand wird. Wir verlängern diesen Channel jetzt durchaus nochmal ein bisschen weiter nach oben. Haben wir aber bitte auf dem Zettel, dass die aktuelle 8-Stunden-Kerze drunter gebrochen ist. Was nicht heißt, dass so ein ultra-volatiler Sektor wie Cannabis das nicht sofort wieder gut machen kann. Dann brauchen wir hier jetzt aber auch beherzten Dip-Kauf in diesem Bereich. Im Extremfall Maximum-Pain aus bullischer Sicht wäre jetzt hier nochmal ein Dip so in die Richtung 10,50 bis 11 kanadischen Dollar. Dann brauchen wir aber einen absolut harten Dip-Kauf, um wieder zurückzukommen in diesen Channel. Und dann ist im Bereich von 18 kanadischen Dollarn gegebenenfalls sogar im Bereich um die 20 Tür und Tor geöffnet. Aber habt es mal auf dem Zettel so ein bisschen toppy, wirkt das hier schon. Das erste Hoch, ein leicht höheres Hoch, aber dann jetzt hier gerade zuletzt durchaus ein bisschen Distribution im Chart. Möglicherweise hier ein kleiner Markdown. Man darf hier auch nicht schockiert sein, wenn es das jetzt hier kurz bis mittelfristig nochmal war mit dem Cannabis-Run, weil wir waren hier aus Sicht dieses markanten Zyklus 2023 am 50er Fibonacci. Allerdings solange wir uns hier über 10,70 bis 11 kanadischen Dollar halten und vor allen Dingen hier über den 12 kanadischen Dollarn, ist Cannabis hier potenziell aus bullischer Sicht nach wie vor brandheiß. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.